ARD Text im Auftrag von Funk Dem Black Panther sollte man sich auf keinen Fall anlegen Was soll die verdammte Scheiße? Ich kenne da einen Typ Ich habe Diktatoren aufgespürt, der will nicht das so mickrige Scheibdisch für uns erfinden Alle sind hinter ihm her Mach ihn fertig Ich habe Angst vor Sprech Sehr gut Was ist hier los? Ich weiß, wie das läuft Durch in Mexiko Die Dinge werden sich für dich zum Guten wenden Vertrauen hier Keine Bewegung Oh, Heiliger, Allmächtiger Ernsthaft, du glaubst an Gott? Natürlich glaube ich an Gott Was für ein Mensch glaubt nicht an Gott? Ich schätze, ich irgendwie auch Aber nicht an Let's go Let's go Und wir in den nächsten Mal Geigge Und wir bald Wirト